Ja, vielleicht lässt sich ja alles dies schon im Vorfeld etwas besser koordinieren, begleiten, mental oder wie auch immer auffangen, indem in dem Bereich, in dem Sie vor allen Dingen forschen, tätig sind, noch ein größeres Bewusstsein bei den Menschen geschaffen wird. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass schon Embryone entsprechend beeinflusst werden können, ihr Kernthema. Vielleicht in zwei, drei Sätzen, ich weiß, es ist schwierig, aber das umfassend, was dieses Thema der frühkindlichen und auch vorgeburtlichen Konstellation angeht. Ja, als Anatom- und Kieferorthopäde beschäftige ich mich mit den strukturbiologischen Grundlagen des zahnärztlichen Handelns. Und da kann man natürlich schon wissen, welche Strukturen sich zu welcher Zeit bilden. Und wenn die Eltern wissen, dass das Kind schon im Mutterleib Zähne hat und bei der Geburt natürlich dann auch schon, und sie dann wissen, wenn die Zähne durchbrechen, dass sie dann die richtigen Maßnahmen zusammen mit dem Zahnarzt vielleicht einleiten. Also dann wissen, was strukturbiologisch zu tun ist, damit die Zähne durch Fluoridgabe und durch sonstige Maßnahmen dann gut stabil dort im Mund stehen und nicht erkranken. Dann haben wir die Kurve zur Psychologie hinbekommen.